Das kommt uns nicht in den Weg, so. Wie weit machen wir denn mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf hier oben. Boing. Okay, ich habe Schluck auf. Ich weiß ja nicht, ob man das jetzt überhaupt hört. Ich hoffe mal nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hoffe auch mal, dass man da dann nicht so drauf klatscht. Aber dürfte man ja nicht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und jetzt sieht man bestimmt schon, was das sein soll. Autschi. Ja, genau, das soll das sein. Ein Autschi. Ein sehr gewisses Autschi. Und, naja. Sieht jetzt nicht gerade super schön aus. Ach, Menno, wie mache ich das denn? Äh, genau. Vielleicht, ich könnte das ja ganz einfach so, äh, machen, dass ich... Aber das... Au, scheiße, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen. Ne, ich meine, dass ich, ähm... Dann einfach alles hier auf die Seite setze. Dass man... Ich glaube, das mache ich mal. Ist zwar doof, aber leider geil. Oh, ich will auch einsammeln. Na ja. So, das kann ja bleiben. Und dann... Hüpf. Und das hier dann weg, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Die Bohne. Autsch. So, dann... Ach, da unten ist noch was. Schnell, 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 schnell. Ich will nicht ertrinken. Dankeschön. Sieht ja schon so ein bisschen ungewohnt und komisch aus. Aber was will man machen? Ach so, ähm, dann müssten wir jetzt hier die auch noch wegkauen. Na. Ich könnte natürlich auch. Aber nee, ich mache ja mal so. Ich mache einfach mal so, wie ich das jetzt gerade im Kopf habe. Vielleicht wird es ja was draus. Also, vielleicht sieht es ja danach gescheit aus. Ich finde es eigentlich ziemlich schade, dass man die Sachen auch unter sich weghauen kann. Wobei das auch lustig ist. Weil, ja, genau. Weil halt. So, mal gucken, wie weit kann ich denn noch bis hier... Ach, stimmt ja. Das kann man ja gar nicht. Ach, stimmt ja. Das kann man ja gar nicht. Ach, stimmt ja. Das kann man ja gar nicht. Genau. Also, man kann nicht auf der Leiter einfach so stehen bleiben. So. Dann mache ich das jetzt ja auch gleich mal. So und so. Das andere kann ich ja von oben machen. So, das kann ich ja von hier machen. Und dann weg damit. Und, ähm, ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon mal wieder erraten haben. Ich glaube, ich wiederhole mich, äh, mal wieder erraten haben, was das sein wird. Aber ich brauche unbedingt noch einen, so. Und dann hier den. Genau. Und dann hier genau das gleiche Spielchen, dann, ja, dürfte das ja schon passen. 1, 2, 3, 4, 5. Und da unten dann genau das gleiche. Na, da, so. Ist vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, weil das mal wieder eine Bauphase ist. Aber, das ist halt Minecraft. So. Und ihr wisst, wenn ihr mal Minecraft spielt, dann baut bitte nicht so wie ich, weil das sieht nämlich alles kacke aus. Ich will aufsammeln. Kann ich das nicht mehr aufsammeln? Das ist ja eine Schande. So, jetzt nicht wieder ertrinken. Dankeschön. Ich bin nämlich schon ein paar Mal ertrunken, auch im Real Life. Und viele fragen sich jetzt bestimmt, hä, was ist Real Life? Ja, Real Life ist natürlich da, wo die Pizza herkommt. Verstehst du? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann wäre das hier ja die richtige Ebene. Und dann mache ich einfach hier noch einen Springklotz. Dingens hin. 3, 4, 5. So, und jetzt haben wir auch schon. Yippie! Ein Sprungtor. Der etwas hässlich aussieht. Das muss ich dann noch irgendwie... Mal erklären. Irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht mache ich ja ein Let's Show von der Welt. Aber ich... Nee, das wäre ja, glaube ich, ein bisschen krank. Aber naja. Äh... Genau. So, und dann ernte ich schon wieder. Das lohnt sich jetzt zwar noch nicht, aber... Man kann es ja einfach mal machen. So, erzähle ich noch ein bisschen aus der Schule. Ah, und ich bin voll. Mal wieder. So, was erzähle ich denn aus der Schule? Ich weiß gar nicht, was ich aus der Schule erzählen will. Aber ich sage andauernd, dass ich was aus der Schule erzählen will. Könnte wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass ich was aus der Schule erzählen will. So, ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Ach, komm schon. Ach, das ist ja gerade weh. Genau. So, was will ich denn erzählen? Ich bin andauernd am überlegen, damit ich euch nicht langweile, was ich sowieso schon tue. Weswegen natürlich die meisten schon weggeschaltet haben. Und sich was anderes angucken. Denk, 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 denk. Jetzt muss ich mein Gehirn aber ganz schön anstrengen. Das kommt ja nicht so oft vor. Aber für euch ist mir das sehr wert. Naja. Ähm. Na, unser... Ach, scheiße. Entschuldigung. Ach, scheiße, jetzt habe ich scheiße gesagt. Ach, scheiße. Jetzt habe ich scheiße gesagt, weil ich gesagt habe, dass ich scheiße gesagt habe. Ja, okay. Scheiße. Äh. Das hat jetzt den scheiße Counter mal wieder in die Höhe getrieben. Äh. Wo bin ich? Warum haben wir eigentlich noch vier Diamanten? Habe ich die nicht eigentlich alle... Äh. Hallo? Da ist schwer. Da war eine... Eisenspitzehacke. Warum Eisenspitzehacke? Diamantspitzehacke. Hö? Ich verstehe jetzt gerade nicht mehr. Hatten wir nicht die Diamantspitzehacke? Ähm. Hallo? Geht's noch? Ich glaube, Minecraft will mich wirklich langsam verarschen. Also mein PC will mich verarschen. Allgemein. Gesagt. Und ja. Naja, auch gut. Dann haben wir halt keine Diamantspitzehacke. Aber das... Das kann doch nicht sein. Wo ist denn die Diamantspitzehacke? Oder haben... Ach, genau. Ich bin ja auch blöd. Die haben wir ja verloren. Ach. Ja. Na, Spinny. Wo bist du denn? Ich würde sagen... Fackeln in die Hand. Und auf geht's. Ah. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. So. Rauf geht's. Und dann kann ich ja mal hier so eins anbringen. Und da war... Upsala. Gerade wieder ein Ruckler. Also ein Bug. Oder so. Keine Ahnung. So. Das machen wir mal hier hin. Downstairs. Und zwar im Galopp. Downstairs im Galopp. So. Ach, Zombielein. Dann gehe ich jetzt halt einfach mal auf Jagd. So schlimm wird das hier ja nicht sein. Das einzigste, was mir nicht gefällt, ist die Hölle. Oder beziehungsweise Burgen, weil da immer so viele Lohn und so rumfliegen. Und ich hab so das Gefühl, irgendwer hat bei mir die Creeper und so ausgestellt. Aber die Schafe sind schon wieder massig hier. Spinny. So, da war ein Skeletti. Ach, da ist das ja. Dieser alte Hans-Peter. Ach, nein. Hey, ich hab gerade umgestanden. Dankeschön. Das hätte das Skelett mal machen sollen, als ich irgendwo runtergefallen bin. Weiß ich nicht. Wo bin ich denn mal runtergefallen? Ich kann ja mal gerade ein bisschen überlegen, wie oft ich denn gestorben bin. Ich glaube, das war jetzt bis jetzt dreimal hier im Let's Play. Ihr habt natürlich bestimmt alle mitgezählt. Und da war ein Ruckler. Und ihr wisst das bestimmt auch noch alle, dass das genau dreimal waren. Und einmal wegen so einem Herr Creeper. Und dann geht's mal wieder mitgezählt.